Hm, Lee, die alte Spaßbremse. Oh, das ist aber ein bisschen laut. Gut, ich gebe ihm recht. So, jetzt muss ich natürlich, äh, diesen Mister schnell loswerden. Hätte ich vielleicht machen sollen, bevor ich den Motor anlasse. So, mal gucken. Ach, ich bin doof. Falsche Taste. So. Nee. Hm. Hat jemand mal ein bisschen Säure dabei? Oder irgendwas so in der Richtung? Ah, Moment, da fällt mir was ein. Was ich mir noch nicht angeschaut habe, was ich mir aber anschauen muss. Was ist das denn hier? Nee, okay. Nichts, nichts Besonderes. Nothing special. Dann gehen wir mal wieder. Hm, hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Ich, wieso ich? Ach so, okay. Gib nur den einen Hebel. Aber der Rost ist jetzt so weg. Okay, aber wenn ich den genauso nur benutzen kann, wie, äh, die Schraubzwinge, dann möchte ich bitte noch einmal das gegen die Schraubzwinge eintauschen. Ich finde die Schraubzwinge nämlich einfach schöner. Yeah. Ja. 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 So. Dann schauen wir mal. Du, tu, tu, tu und weh, ich treffe jetzt auf einen Zombie. Dann werde ich böse. So böse. So böse. So böse. Jetzt aber. Der Rost ist ab. Ja, also geht doch. Warum kann ich jetzt so gucken auf einmal? Huch. Nein. Nicht schubsen. Nicht schubsen. Nicht hauen. Ich habe die Schraubzwingen. Ich habe die Schraubzwingen. Das ist gut, du kannst es ab. Really? Ja. Ich habe sie alle hier oben. Ich glaube, es ist nicht schlimmer für was. Mein Name ist Chuck. Charles, wenn du fangst. Wenn du fangst. Lee. Das ist die Schraubung? Ja. Und der Mann in der Kav. Ich habe sie auch. Ich habe dich durch hier gesehen gesehen. Und dachte ich, dass du die Schraubstwung ausstattest. Was? Aber ich konnte mich nicht schrauben. Du bist immer noch etwas schraubst. Die Schraubung machen das. Ich habe schon alle von der Kav. Ich habe sie alle mit mir sofort in der Sonne. Ich habe sie mit mir sofort in der Sonne. Du kennst Chuck! Ja, ich habe. Es ist so schön, dass jemand normaler zu treffen ist. Er hat uns Kandy, Ben auch. Kandy wird eine gute Idee. Du hast Kandy. Der Mann hat das letzte Stück für mich. Figures. Du kennst Kandy? Ich bin sicher. Der Mann hat meine Liebe mit dem Weg. Das ist sicher. Ich bin sehr entschuldigt, dass dein Junge nicht gut fühlt. Ich empfiehlt euch Ihre Sorgen. Na ja, mit einem kleinen TLC, ich bin sicher, dass er nicht so gut wird, in kein Zeitpunkt. Und ich kann euch allen was, was ich habe, obwohl es nicht so viel ist. Danke. Wir möchten das gleiche machen. Warum halten wir auf das? Bleib mit uns. Wir möchten die Firma. Guck nicht so doof, Kenny. Und den bringst du diesmal nicht um, klar? Ja. Hey Chuck. Howdy. Howdy. Okay. Okay, verrät ja unglaublich viel von seinem Leben. I'm sorry. I do like being around y'all actually. It's nice. You caught us on a bad day. Hm. You still got a couple of kids. This one's got a good spirit. That's some kind of something. I'll talk to you later. Hopp so. Okay. No funny aftertaste. Das ist so muffelig. Ich meinte das nicht böse. Okay, er ist ein bisschen beleidigt. Das ist so. Wir können das nicht ignorieren. Schau auf das Kind, Kenny. Das ist passiert. Das ist nicht so. Und wenn es so wäre, was können wir hier tun? Wir kommen auf dem Train und finden etwas besser. Das ist der Plan. Ich glaube, Lee will es nur durchführen. Es ist durchführen. Geh auf, Kat. Ich werde vorne sein. Ich will keine Nase hören, bis wir kommen, wo wir gehen. Ach ja. Die Frau mag ich. Der Frau vertraue ich hundertprozentig. Aber ihrem Göttergatten? Ich weiß ja nicht. Blöde Egomane hier. Kann ich sonst irgendwas anderes machen? Nicht? Gut. Dann start the engines. Na, was hast du zu sagen? Mach doch besser eine Seite zu. Ach ja. Ich hoffe, das war es noch nicht. Ja, gut. Hm. Hm. Scheiße. Es war mehr von uns. Ja. Oh, das ist ein Schade. Lee. Lee, ich brauche dich. Was soll ich? Was mit seinem Kopf? Achso, warte. Hier mit dem Tuch. Danke. Könntest du das aus seinem Gesicht, bitte? Er ist aus der Zeit. Wir müssen den Tren anzupacken. Okay. Bitte. Oh, 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 oh. Ich bin den Tren anzupacken. Bleib mit. Oh, der ist, der ist echt sauer, weil er nicht, weil er als Kind behandelt wird, glaube ich. Ich gehe und gehe zu Kinney. Halt auf, wenn der Tren nicht sich schnell stoppt. Wie der da steht, voll lässig. Okay, ist ja gut, ich gehe ja schon. Ali, du könntest mal einen Schritt schneller laufen, Mensch. Was ist das denn für eine Auswahl? Ihn strangulieren oder was? Okay, ich bin es. Ach so, wie war das dann? Das ist nicht so, Duck. Es ist nicht so, dass mein Sohn sterben. Was du wissen? Du bist nicht meine Freundin. Ich bin nicht lieb. Du hast sicher nicht gemacht, was ich für mich. Du denkst, du bist der Grund, Duck zu spüren? Wie hast du das kommen oder was? Du denkst, du bist zu spüren? Du denkst, du bist zu spüren. Du denkst, du bist zu spüren. Du fühlst dich, Mann. Du fühlst dich, wie du eine Chance für ein Miracle-Veduct wenn du wegst, von Sean Green fuhrst. Du hast keine Raum für diese Scheiße. Das ist nicht über dich. Es ist über eine Frau, die da hinten braucht, und ein Mann, die braucht ihr Vater. Und ein Mann, die braucht ihr Vater. Na also, geht doch. Ganz ohne ihn mit dem Handtuch zu strangulieren oder ihn umzunocken. Ha, ich hab's halt voll drauf. Siehste, direkt eine Trophäe dafür gekriegt. Das könnt ihr doch nicht machen. Ihr könnt auch kein Kind sterben lassen, Leute. Der Mann hat gebeten. Falls ihr das nicht herausbekommen habt. Was musstest du? Was musst du? Ich... Ich... Katja. Es ist Zeit, zu... Das ist nicht möglich. Was werden wir tun? Wir können ihn nicht ermöglichen, zu werden von diesen Dingen. Aber was, wenn er nicht... Kenny... Ich liebe dich sehr viel. Ich liebe unseren Sonn mehr als Leben selbst. Ich brauche dich zu hören. Ich liebe mich. Was du sagst, dass er nicht erinnert, ist schuldig. Aber... Nein. Es ist... Komm schon, Kat. Wenn du einen denkst, lass mich wissen. Es ist eine Art Art Art, oder etwas, wir können ihm einfach geben? Stop es. Es ist einfach zu schlafen. Right, hon? Ich meine... Jesus! Das ist unser Sonn. Ich weiß. Aber wir wissen, es ist hier, oder nichts. Was? 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 Aber nicht zu lang, nicht dass er euch anfällt. Aber nicht zu lang, nicht dass er euch anfällt. Nicht so, der beißt dich doch gleich. Ich bin einfach nicht beantwortet. Ich bin hierher. Dann gehen wir an. Ich bin hierher. Oh, genau. Da sind alle gefallen. Da bin ich immer wieder da. Ich bin hierher. Untertitelung des ZDF, 2020